Was machst du eigentlich Montags um 21.30 Uhr, Mareile? Matthias, für gewöhnlich dummes Zeug reden. Und du? Ja, da mach ich doch mit. Wir haben technisch aufgerüstet. Wann fangen wir eigentlich an, Matthias? Am Montag um 21.30 Uhr. Ja, aber was ist das für ein Datum? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Gut. Zum Bundesliga-Start wird es besonders spannend, denn Hannover 96 tritt gegen eine Mannschaft an, die versuchen wird, uns live während des Spiels Lars Stindl wegzukaufen. Wir hoffen doch sehr auf drei Punkte für Hannover 96 zum Rückrunden-Auftakt. Und da sind natürlich wir beide danach auch gleich wieder da. Jeden Montag 21.30 Uhr. Auf jeden Fall sollten Sie da einschalten, das ist super. Ja, es lohnt sich total. Also wirklich im Ernst jetzt einschalten. Montags 21.30 Uhr. Einschalten.